Hallo und herzlich willkommen bei Pilzwunder. Freunde, eine neue Wie-ist-die-Lage-Folge und los geht's. Holt euch was zu knabbern, heute wird's ein bisschen länger. Vor zwei Tagen klingelt's an der Tür, meine Post ist da. Dann ruft die Postbotin mich runter und sagt, ich hab heute ein schwereres Paket für dich. Oh nein, überreicht sie mir das hier. Ja, wir haben uns beide weggeschmissen, war eine coole Aktion von hier. Der Ronny, der hat mir ein Paket oder ein Päckchen zukommen lassen. Der Inhalt ist sehr interessant und das machen wir jetzt einmal auf. Aber ehrlich gesagt, besser ist etwas so verpackt anstatt... So, das hatte ich nämlich auch schon. Ihr bestimmt auch, oder? So, das war ein Paket. Dann ratet doch mal, was könnte das sein? Hm, hm, hm. Okay, ich löse auf. Und zwar hat sich Ronny selber einen Impf-Port-Stempel gebaut. Ja, richtig gehört. An der Drehbank hat er sich das selber hergestellt. Und ich fand die Idee sehr, sehr cool. Er hat mir das halt für Experimente zukommen lassen. Vielen Dank dafür, Ronny. Und das Teil testen wir doch gleich mal aus. Er meinte halt noch zu mir, bevor ich das benutze, soll ich entweder Speiseöl oder Spüle halt ein bisschen hier reinmachen, mit dem Tuch auswischen. Und dann kann ich beigehen und ich gehe davon aus, dann einfach meinen Impf-Port, beziehungsweise das Silikon dann einfach runterdrücken. Und dann haben wir im Prinzip schon eine perfekte Form. Wenn alles klappt, lass doch mal probieren. So, ich habe hier jetzt mal ein bisschen Spülmittel reingemacht, dass, wenn das Silikon ausgehertet ist, dann auch nicht kleben bleibt, sondern abziehbar ist. Und dann gehen wir bei. Ich werde hier auf jeden Fall ein bisschen mehr Silikon nehmen, weil das muss hier auch ausgefüllt sein. Ja, ich denke, das sollte reichen. Oder? Ja, vielleicht noch ein bisschen. So. Schauen wir mal. Das sieht original aus wie ein Haufen. So. Dann versuche ich das mal mittig einfach platt zu drücken. Okay, okay. Es quillt jetzt ein bisschen raus. War doch ein Tick zu viel, aber eventuell könnte man denn ja hier nach der Maßeinheit gehen, nach der Maßangabe. Wenn man genau weiß, welche Menge reinkommt, die dann auch nur auftragen. Und dann den Stempel runterdrücken. Gut, quillt jetzt raus. Aber egal, ich drücke das mal platt, dass die Luft raus ist. Und fertig. Und dann bin ich mal gespannt, wenn das ausgehärtet ist. Wie der Abdruck dann aussieht. Ob da noch Luft eventuell drin ist. Aber sollte hier eigentlich nicht. Ich habe es jetzt gut gepresst. Fühlt sich gut an. Und beim nächsten Mal dann ein Tick weniger. Aber ein bisschen sollte vielleicht doch schon ausquellen. rausdrücken, damit man sich sicher ist, dass das überall verteilt ist. Ja, die Idee an sich gefällt mir sehr gut. Finde ich sehr kreativ. Und das zeigt wieder, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, um halt ein Ergebnis zu erzielen. Das eine ist besser und das andere halt nicht so. Aber ich kann mir vorstellen, dass das gut klappt. Auch vor allem auf zum Beispiel Gläsern. Vielleicht ersetzt sowas hier auch direkt den Impfport, beziehungsweise den Injektionsstopfen. Super Idee. Cool. Dankeschön, Ronny. Beim nächsten Video erzähle ich euch dann, oder zeige ich euch dann, wie das ausgegangen ist. Ich habe da aber auch noch eine Idee. Da brauchst du auch keinen Stempel. Und all die letzten Methoden fallen da auch weg. Ganz, ganz einfach. Da mache ich nochmal ein extra Video zu. So, springen wir direkt zum nächsten Thema. Und das Thema Behälter, beziehungsweise Beutel, Vakuumbeutel, Mikrofilterbeutel. Für mich war es die absolut richtige Entscheidung, zu Vakuumbeuteln zu wechseln, da ich zur Zeit nur in Boxen züchte. Das heißt, den Mikrofilter im Mikrofilterbeutel brauche ich nicht. Die sind sterilisierbar. Das heißt, ich habe diese problemlos in meinem Presto 23 Quad für 90 Minuten lang sterilisiert. Da ist nichts weggeschmolzt, da ist nichts geplatzt, da hat sich nichts verformt. Einwandfrei. Als wäre es eine Mikrofiltertüte. Und diese hier sind stinknormale. Die habe ich euch verlinkt. Also die sind nicht mal gekennzeichnet, dass sie irgendwie hohe Temperaturen aushalten. Da steht nur kochbar. Es gibt aber auch Vakuumbeutel, die gekennzeichnet sind, dass sie bis zu 120 Grad aushalten. Viel mehr erreichen wir auch in einem Schnellkochtopf nicht. Ich zumindest in meinem nicht. Die, die gekennzeichnet sind 120 Grad, die kommen aus dem gewerblichen Bereich, sprich, die sind eigentlich für Vakuumkammern gedacht. Aber selbst diese hier funktioniert einwandfrei. Testet selber aus. Ich habe sie euch, wie gesagt, verlinkt. Wie gesagt, ich brauche den Filter nicht. Ich bekomme hiervon, anstatt zwei von den Mikrofiltertüten, bekomme ich vier. Mit zweieinhalb Kilo gefüllten Substrat bekomme ich in meinen Schnellkochtopf. Hier von zwei, hier von vier. So, dann ist es so, dass, wenn ich mal mehr herstelle und das dann lagere, nicht die Gefahr besteht, dass mein Substrat an der Oberfläche austrocknen kann, wegen dem Filter. Habe ich hier nicht. Schweiß ich zu, ist luftdicht, hält, ist sterilisiert. Kann ich wahrscheinlich Jahre lagern. Ich habe es nicht getestet, aber ich gehe davon aus, was soll dagegen sprechen. Es ist sterilisiert und es ist luftdicht. So, ja, wie ihr seht, also für mich zumindest nur Vorteile. Preislich gesehen bist du auch günstiger dabei. Das heißt, ich zahle für diese hier so ziemlich genau die Hälfte als für diese. Aktuell habe ich für die bezahlt 100 Stück, ich glaube, um die 34 Euro. Je nach Händler bekommt ihr die auch so um die 60 Cent pro Stück. Wenn man mehr kauft, wahrscheinlich günstiger und so weiter. Ja, aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, ist das absolut mein Ding, weil ich in Boxen züchte und ich bleibe auch bei den Boxen. Also, ich habe mich in diese Methode komplett verliebt. Das Halbsterile-Züchten ist genau mein Ding. Ich bin da frei im Experimentieren, was Luftlöcher angeht, Aktivierung angeht, Fruchtungsphase, Fruchtungseinleitung und so weiter. Also, wenn ihr Bock drauf habt, probiert es aus. Diese habe ich euch, wie gesagt, verlinkt. Eins möchte ich dem noch hinzufügen. Wenn ihr eure Substrate in Vakuumbeuteln sterilisieren möchtet, ist es wichtig, dass ihr nicht vorher verschweißt. Ansonsten platzt euch der Beutel weg. Auf jeden Fall erst sterilisieren und nach der Sterilisation verschweißen. Das kann man mit dem Mikrofilterbeutel machen, da die Luft aus dem Filter austreten kann. Aber auch nur, wenn man genau weiß, wie man mit seinem Schneidkochtopf umzugehen hat. Nicht, dass die Tüte sich aufbläht und euer Ventil verstopft. Das kann dann ganz gefährlich werden. Viele machen es aber auch mit Mikrofilterbeuteln so, dass sie erst nach der Sterilisation verschweißen. Was passiert, wenn ich nach der Sterilisation verschweiße? Wie gehe ich vor? Und zwar stellen wir uns vor, Substrat ist jetzt abgefüllt. Dann knicke ich den oberen Teil um und dann kann ich das ganz genau so lassen. Ich kann die gefüllten Beutel übereinander stapeln, sodass die Luft trotzdem noch aus der Öffnung austreten kann. Ich habe auch schon andere Sachen getestet. Das heißt, MicroPort Tape einfach ein langes Band gezogen von links nach rechts. An den Rändern habe ich dann einfach zwei Zentimeter Luft gelassen, dass dort die Luft noch austreten kann. Was noch passiert, ist natürlich nach der Sterilisation zerknittert euch natürlich ein bisschen die Struktur von der Folie. Das ist ganz normal. Da kann man nichts gegen machen. Das ist aber auch bei Mikrofilterbeuteln so. Was ich dann da mache, ich schweiße einfach zweimal. Ganz einfach. Wie ich genau, wie genau ich das mache, das zeige ich euch gleich nochmal mit dem Vakuumiergerät, mit dem neuen. Aber ganz einfache Geschichte. Zweimal schweißen. Fertig. Ja. Kommen wir zu meinem neuen Vakuumiergerät beziehungsweise Folienschweißgerät. Und damit habe ich ja jetzt ein paar Tage rumgespielt, den ganzen Kaffeesatz von Gregor sterilisiert, abgepackt und verschweißt. Und jetzt weiß ich auf jeden Fall auch ein bisschen mehr. War absolut kein Fehlkauf, sondern genau das Richtige, was ich machen konnte. Weil ich habe jetzt endlich vernünftige Schweißnähte. Muss da nicht irgendwie zwei, drei Schweißnähte setzen, um sicher zu sein, dass die Tüte auch dicht ist. Eine Kleinigkeit ist sehr, sehr entscheidend. Merkt euch das. Abkühlzeit, Freunde. Abkühlzeit. Also Tüte reingeschmissen. Das ist jetzt eine normale kleine Mikrofiltertüte. So, ich mache die mal weiter oben. So, wir rasten ein. Und verschweißen. Ich habe jetzt trocken, weil es trocken ist. So. Der piept dann gleich irgendwann, wenn er fertig ist mit dem Verschweißen. Aber dann seid nicht so ungeduldig und macht es gleich auf, weil, ich kann euch jetzt nicht genau sagen, was da chemisch passiert, aber ihr könnt es euch ungefähr vorstellen. Die Tüte schmilzt ineinander. Beide Seiten schmelzen und verbinden sich. Aber wenn man zu früh öffnet, ist die Verbindung noch nicht genug abgekühlt. Und dann ziehen wir den Beutel hier ab und machen diese Verbindung wieder kaputt. Habe ich es gut erklärt? Ich glaube ja. Ich bin der Harald Lesch des Pilzezüchtens. So. Auf jeden Fall. Jetzt seht ihr, ich quatsche immer noch und mache noch nicht auf. Ich meine, wir müssen uns gedulden und teilweise Wochen und Monate auf eine Fruchtung warten. Da können wir doch auch mal 20 Sekunden länger auf eine schöne Schweißnaht warten. Was bringt uns all die ganze Arbeit, wenn die Schweißnaht nicht dicht ist und wir dann am Ende uns wegen so einer Lappalie eine Kontamination holen? Einfach ein bisschen länger warten. Macht irgendwas anderes in der Zwischenzeit. Und jetzt guckt euch das Ergebnis an. Jetzt kommt das Ding komplett kaputt heraus. Nein. Pass auf. Machen auf. Der klebt da oben schön fest. Machen runter. Und schaut mal. Fokussier. Perfekt. Mehr wollte ich nicht. Diese Schweißnaht ist 1a, Freunde. Mehr wollte ich nicht. Das nochmal ganz kurz zu dem Beutel. Bei den großen Vakuumbeuteln hatte ich erst Bedenken, ob das überhaupt ins Gerät passt. Aber das passt wunderbar. Vor allem, wenn ein Substrat drin ist, verkürzen sich ja die Seiten und auch nach der Sterilisation zieht sich der Beutel ja zusammen und somit hast du dann nach dem Sterilisieren gar kein Problem, die Tüte komplett von links nach rechts zu verschweißen. Aber wenn ihr sagt, ja, ich will die Tüte auch noch für andere Sachen benutzen, nicht nur zum Sterilisieren, möchte vorher, also ohne zu sterilisieren, verschweißen, auch das funktioniert wunderbar. Schaut mal, ich habe hier gerade meine Schweißnaht gemacht auf der Rückseite. Zu. Zu. Und was ich bei den großen Beuteln mache, auch ganz wichtig. Angenommen, wir haben jetzt Substrat sterilisiert und wollen jetzt zuschweißen so schnell wie möglich, um kein Risiko einzugehen. Ich verschweiße zweimal, das heißt, wir gehen hier bei, legen das hier auf, rasten wieder ein, verschweißen einmal, jetzt schweißt er. Wenn er dann gleich fertig ist, dann kann man nicht sofort wieder auf Schweißen drücken, weil er sagt dir, du hast eben gerade geschweißt, guck hier. Dann blinkt er und meckert rum. Aber nach ein paar Sekunden hat er es schon wieder vergessen und dann kannst du, ohne das zu öffnen, nochmal schweißen. Und das mache ich, weil die Beutel dann nach dem Sterilisieren so ein bisschen knittrig werden. Und dadurch, dass du die Verschweißstelle erneut zum Schmelzen bringst, hast du safe eine sichere Naht. Und jetzt guck, hat er schon wieder vergessen. Ja, genau so ein Gedächtnis wie ich. So, und jetzt schweißt er nochmal. Und dann hast du eine optimale Schweißnaht. Und wenn du dir dann immer noch unsicher bist, mein Gott, dann machst du noch eine Schweißnaht ein bisschen weiter runter. So, jetzt ganz wichtig, wieder abkühlen lassen. Abkühlen lassen für ein paar Sekunden, nicht gleich aufmachen, auch wenn er sagt, ich bin fertig. So, wir kühlen runter. Bleibt cool, bleibt cool. Jetzt machen wir auf. Keine Ahnung, so 15 Sekunden nochmal stehen lassen. Zack. Hast du deine Schweißnaht. Also, falls ihr oder jemand von euch noch irgendwelche Einwände hat beziehungsweise irgendwo einen Nachteil sieht im Gegensatz zu Mikrofilterbeuteln. Ich rede ja Mikrofilterbeutel nicht schlecht oder keine Ahnung, sage, das ist besser, besser, besser. Aber für mich und meine Art und Weise, wie ich aktuell Pilz züchte, vor allem, weil ich in Boxen züchte, bringt mir das nur Vorteile. Deswegen verbanne ich Mikrofilterbeutel nicht aus meinem Content. aber aktuell, wieso sollte ich mit Mikrofiltertüten arbeiten? Aber vielleicht kommen ja in Zukunft wieder irgendwelche anderen Experimente oder Sorten, wo sich das dann doch, wo sich Mikrofilterbeutel dann doch besser eignen als Vakuumbeutel. Keine Frage. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, worin seht ihr in meiner Zuchtweise Vorteile in Mikrofilterbeuteln? Ich nicht. Ja, das mal jetzt zu den Beuteln, zum Vakuumiergerät und all die kleinen feinen Details, um ein noch besseres Ergebnis zu bekommen. Ich hoffe, ich kann euch mit meinen Tipps ein bisschen weiterhelfen. Oder vielleicht auch anregen, mal was Neues auszuprobieren. So, jetzt mal ein anderes Thema und zwar habt ihr es vielleicht gesehen, ich habe mittlerweile 30 Kulturen und das habe ich jemandem zu verdanken, tatsächlich aus dem deutschen Raum, weil wenn ich aus dem Ausland bestelle, kommt das irgendwie nie bei mir an. Manche wissen warum, aber ist halt wie es ist. Ich bin in Deutschland für nicht geworden und zwar beim Pilzpiraten, Freunde. Vielleicht kennt ihr ihn auch unter den Namen Neo Geo oder auch André. Ja, fettes Dankeschön geht auf jeden Fall an dich raus, André. So viele neue Sorten, mit denen ich jetzt rum experimentieren kann. Schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei. Ihr findet den Pilzpiraten auf Ebay. Sehr zu empfehlen. Super Straits, wächst alles wunderbar und sehr schnell heran. Ja, und wie ihr seht, habe ich damit auch schon jede Menge beimpft beziehungsweise nur einen Teil, aber wir züchten beziehungsweise ich züchte nach und nach die Sorten natürlich durch. Ich probiere es auch mit diesen Sorten in Boxen. Zu den Boxen im Detail kommen wir gleich nochmal, aber ich freue mich auf diese ganzen neuen Sorten, Freunde. Mega. Nochmal fettes Dankeschön an André. Ja, was haben wir hier zum Beispiel? Abalone, Schmetterlings, Tramete, Pompom, Milky Mushroom, Schopfdindling, Inoki, Piopino und noch weiteres mehr. Cordyceps Militaris habe ich wieder in Angriff genommen, hatte ich ja schon mal probiert. Damals ist auch alles gut durchwachsen, aber es kam zu keiner Fruchtung und ich möchte es jetzt nochmal angehen. Ich muss diesen Pilz zum Fruchten kriegen. Ja, ich habe jetzt mehrere Experimente hier gestartet und ich werde die auf verschiedene Art und Weise zum Fruchten anregen, beziehungsweise ja, mal gucken, was klappt, ob vielleicht auch irgendwo eine kleine Keule rauskommt. Was ist hier drin? Wir haben hier drin braunen Langkornreis, dann habe ich hier drin noch Pepton von Flaky. Das hatte ich die ganze Zeit noch und dann habe ich auf den richtigen Moment gewartet und ich hoffe, das war der richtige Moment. Und dann habe ich hier noch ein, zwei Sachen drin. Ich probiere aus. Ich erzähle euch natürlich, wie ich es gemacht habe, wenn es zu einer Fruchtung kommt. Nicht, dass ihr jetzt alle diesen Mix nachmacht und guckt dann alle ins leere Glas, so wie ich auch. Cordyceps, ein sehr, sehr interessanter Pilz. Ja, kommt aus dem asiatischen Raum und ist dort sehr beliebt auch als Heilpilz, aber er wird auch dort gerne gegessen. Ich bin sehr gespannt drauf. Gibt es auch jetzt eigentlich gar kein Material im deutschsprachigen Raum, im amerikanischen ja, auf jeden Fall, im asiatischen sowieso, aber ich gucke mal, dass ich da vielleicht auch Infos rankriege von jemandem, der die schon, ja, ihr vielleicht, hat euch von euch schon mal jemand Cordyceps vernünftig gezüchtet, also, dass da wirklich auch schöne Fruchtkörper entstanden sind. Schreibt mal bitte gerne eure Tipps beziehungsweise Ratschläge in die Kommentare da unten, ist nicht so schwer. Damit wäre allen geholfen. Ja, test dich aus, probiere ich und wir gucken dann mal, was bei rauskommt. So, kommen wir zu den Experimenten auf Nährböden. Was hatte ich hier gemacht? Ich habe mir aus dem Supermarkt Pilze gekauft, die etwas größeren Exemplare habe ich dann genommen, bin dann mit einem steril verpackten Wattestäbchen in die Lamellen gegangen, habe ich das nicht, glaube ich, sogar live gemacht, auf jeden Fall kennt ihr das Video und bin dann hier auf die Nährböden gegangen. Was passiert? Schaut mal, der Shitake, am 27.09. war das, also genau ein Monat, ist heute nicht der 27, 26, 27, ich weiß nicht genau, circa ein Monat her und so sieht das jetzt aus. Also, es hat wunderbar geklappt, ohne Kontamination, beim Shitake. Kommen wir zum Braunen Champignon, auch der wächst raus, aber hier muss ich dazu sagen, da habe ich mir ein Stück Lamelle mit rausgerissen, also das Wachstum des Mezils kommt höchstwahrscheinlich hauptsächlich aus dem Klon, aus dem Stück Pilz und nicht aus den Sporen, eventuell vielleicht auch aus Sporen, aber hauptsächlich ist das Experiment für mich verfälscht. Ja, schon erstaunlich, wie langsam der Champignon unterwegs ist. Hier möchte ich noch eine kleine Anmerkung hinzufügen, ich glaube nämlich, Leute, die mit der Pilzzucht anfangen, fangen direkt mit dem Champignon an, weil der Champignon ist ja vertraut, kennt man, weiß man, das muss ja einfach sein. Ist nicht so, ist absolut kein Pilz für Anfänger, Freunde, merkt euch das. Er wächst sehr langsam und dann brauchst du auch später tierischen Dünger, du brauchst Abdeckerde. Also, schlagt euch das aus dem Kopf, falls ihr überlegt, zu starten, nicht mit dem Champignon. Dann wirklich eher mit Black Pearl, Austernseitling, Rosen, Kräuter, solche Sachen. So, dann geht es nochmal weiter mit dem Austernseitling, wo es ja eine bakterielle Kontamination gab. Ihr erinnert euch vielleicht, genau mittig, so ein pinker, pinker, rosa Bakteriumzeuges, gedönster, auf der Petrischale. Und, was ist passiert? Der Austernseitling hat sich davon nicht unterkriegen lassen. Der hat dann angefangen gehabt, langsam rauszuwachsen aus der bakteriellen Kontamination und ihr seht, der nimmt jetzt hier das komplette Territorium für sich ein. Ich lasse das einfach mal stehen aus Neugierde, mal gucken, was passiert. Ob er ihn vielleicht auch sogar auffrisst, beziehungsweise zurückdrängt, kleiner macht. Ich bin sehr gespannt. Ein interessantes Experiment. Ja, aber ihr seht auch, solche gewagten Methoden können funktionieren. Am 1.10. habe ich dann ja auch meine gefundenen Steinpilze versucht zu klonen und schaut mal, beide sind nicht kontaminiert, aber aus dem kleinen Stück sieht man leider kaum was rauswachsen. Das ist ja auch schon wieder eine Ewigkeit her. Aber bei dem größeren Stück geht es jetzt tatsächlich los. Also da sieht man einen leichten Flaum auf dem Fruchtstück. Auf dem Pilz sieht man jetzt, da wächst das Steinpilz mit hier raus. Sehr, sehr langsam. Ich lagere meine Nähbüden ja nicht in der Thermobox, sondern hier ganz normal Zimmertemperatur oder auch mal 16, 17 Grad. Aber trotzdem, trotzdem sehr, sehr langsam. Aber es wächst raus. Ja, mal gucken, was ich damit anstellen werde. Ja, in der Tüte züchten wird wohl nicht funktionieren, aber andere Experimente auf dem Balkon werde ich auf jeden Fall mal mit dem Steinpilz machen. Ja, so Freunde, jetzt kommt eine nicht so erfreuliche Nachricht, weil ich hatte mich besonders auf diese Fruchtung gefreut, gerade weil ich ja auch nach so einer langen Pause wieder gestartet habe mit der Zucht aktiv und dann auch meine neue Boxmethode testen wollte. Es ist wie es ist, die Kings sind krank. Jawohl. Ich gehe da gleich nochmal direkt genauer drauf ein, ich zeige euch alles. Was ist hier los? Und zwar hat mich vor kurz meine Zuschauerin angeschrieben gehabt und gesagt, auf meinem Kräuterseitling sind braune Flecken. Und dann habe ich auf dem Foto das nicht so gut erkennen können und wir sind dann zu dem Schluss gekommen, vielleicht zu trocken gewesen, Trockenschaden, irgendwie so in die Richtung. Ein paar Tage später ging es dann bei mir los und jetzt mit der Entwicklung tritt bei mir genau das gleiche Problem auf. Ne Piep. bakterielle Kontamination. Höchstwahrscheinlich. Seht ihr, schaut euch erstmal die Fruchtung an. Super, oder? Das ist nämlich die Box, wo ich ja selber die Fruchtung eingeleitet habe. Das heißt, das Mezel hat angefangen zu klettern. Ich habe das Mezel runtergedrückt. Dann habe ich ja von einem Einmachglas den Deckel genommen, habe die Rückseite desinfiziert und bin einmal quer rübergefahren. Dann hatte ich ja auch mit einer Kanüle hier einmal quer durchs Substrat angeritzt und schaut mal, genau an dieser angeritzten Stelle zwar viel zu spät, aber man kann deutlich die Linie sehen hier, wie an der Linie die Fruchtungen entstanden sind. Also das heißt für mich, das funktioniert, du musst nur den richtigen Zeitpunkt erwischen, mit so einer Art und Weise das Substrat, die Oberfläche zu verletzen. Dann hätte ich nämlich hier Pilzwunder draufschreiben können, mit einer Kanüle reinritzen und dann wäre wahrscheinlich ein Großteil der Fruchtungen genau da entstanden. Der Zeitpunkt ist entscheidend. Die Temperatur ist entscheidend. Ich liebe die Boxen. Ich liebe es, meine Pilze in Boxen zu züchten und diese kleine Hindernis wird mich nicht davon abhalten, in Boxen weiterzumachen, weil die Idee, ich finde sie grandios. Das Problem war hier höchstwahrscheinlich, dass es zu feucht war. Dass es zu feucht war. Nach der Fruchtung habe ich das Microport tape, meiner Meinung nach, war das einer entscheidenden Grund, warum das aufgetreten ist. Das Microport tape habe ich nach der Fruchtung, nach dem Kaltstellen zu spät abgemacht. Ja, das Ding ist, man denkt, die Pilze müssen feucht sein, feucht sein, feucht sein. Das Problem ist, zu viel Feuchtigkeit ist dann auch nicht gut. Gerade in so einer geschlossenen Box. Und die geschlossenen Mikrofilterbeutel, Mikrofilterbeutel, das Microport tape, wenn das noch drauf ist, reicht, hat die Luft nicht ausgereicht, damit der Pilz eine optimale Feuchtigkeit hat bzw. dass keine Gefahr auftritt, dass es zu einer bakteriellen Kontamination kommen kann. Seht ihr diese braunen Flecken? Im Video kommt das jetzt nicht so gut rüber. Ich halte euch mal rein hier. Seht ihr da oben zum Beispiel diese braunen Flecken direkt am Fruchtkörper? Das, ja. Vielleicht hattet ihr auch schon mal sowas und wisst ganz genau, was es ist. Aber ja, ich gehe tatsächlich von einer bakteriellen Kontamination aus. Hier über die ganzen Fruchtkörper. Wunderschöne Kräuterseidlinge und dann kommen diese lästigen Bakterien jetzt auch noch mit ins Spiel. Als ob Trauermücken nicht gereicht hätten als Schädlinge. Kommen jetzt noch hier nach Grünschimmeln und hast du nicht gesehen noch Bakterien hinzu. Aber ganz ehrlich, Freunde, jetzt habe ich das auch mal gesehen. Dann guckt man nach einer Lösung und versucht dann dieses Problem auch zu beheben. Ganz einfache Geschichte. Das ist die erste Box. Was habe ich gemacht? Ich habe das Problem erkannt. Habe den Deckel habe ich jetzt komplett ab. Die Box steht in einem Raum, wo das Fenster permanent auf Kipp ist. Ein bisschen höher gestellt. Und dann muss ich jetzt gucken, dass ich nicht zu viel befeuchte, aber auch nicht zu wenig, dass mir die Pilze austrocknen. Ich versuche das Problem in den Griff zu kriegen. Ich habe jetzt auch mal hier Wasserstoff. Ich habe mein normales Wasser, womit ich befeuchte, auch in so einem Fläschchen. Und da habe ich jetzt einfach mal ein, zwei Tröpfchen Wasserstoffperoxid mit reingegeben. Also sehr, sehr niedrig konzentriert, weil das Wasserstoffperoxid, das ich ungelöst nutze, ist eine 3-prozentige und dann ein, zwei Tröpfchen hier rein. Rechnet es euch aus. Auf jeden Fall habe ich damit heute Morgen mal alles eingenebelt. Vielleicht lindert das ja so ein bisschen die Schmerzen. Aber habe ich jetzt nur einmal gemacht. Ich werde das nicht mehr machen. Ich werde nur noch, ab jetzt nur noch wieder mit Leitungswasser befeuchten, aber dann darauf achten, dass ich es nicht zu feucht mache. Der Deckel bleibt ab. Eventuell besprühe ich auch nur die Wände. Ja, das mal ganz kurz zu dem Kollegen. Und hier habe ich nichts anderes gemacht. Und hier ist natürlich auch genau dasselbe Problem aufgetreten. Aber abgesehen jetzt von dem, von der bakteriellen Kontamination, Freunde, vergleicht mal bitte die Fruchtungen. So, schaut mal. Ja, es ist alles ein bisschen eng hier. Links habe ich selber aktiviert. Da sind die Fruchtungen sehr zentral. Ihr erinnert euch, ich stülpe hier, mache hier gleich das Substrat kaputt. Ich muss euch das Einzelne zeigen. Also hier nochmal kurz. Wo ich es selbst aktiviert habe, macht einen Screenshot in eurem Kopf. Und hier, wo ich einfach wachsen lassen habe. Erinnert euch, ich hatte ja gesagt, ob die das Gewicht dann tragen und so, aber bis jetzt sieht es stabil aus. Also auch die Myzele an der Wand verhärten sich ja mit. Ich weiß nicht, wie es dann später aussehen wird, aber aktuell habe ich nicht den Eindruck, als würden die Fruchtkörper da das ganze Myzele runterreißen. Ja, aber auch hier gibt es diese bakterielle Kontamination. Sehr, sehr ärgerlich, aber was willst du machen? Guck mal da oben, wunderschöne Kräuterseitlinge eigentlich, ne? Ja, das Ding ist halt, man fragt sich, kann man die halt noch essen, wenn die groß genug sind? Will man sich Bakterien reinziehen? Ich nicht. Auch wenn es dann später wenige wird, hat man das immer im Hinterkopf, ne? Seht ihr da zum Beispiel riesige braune Flecken. Aber ansonsten, wäre es wirklich super abgelaufen. Schaut euch die riesige Menge an Fruchtung an. Hier ja hauptsächlich an den Rändern ist der Pilz gefruchtet, wo ich ja nichts gemacht habe. Ich habe dann irgendwann einfach nur die Box kalt gestellt. Aber im Prinzip habe ich hier denselben Fehler gemacht. Es war zu feucht. Es kam zu wenig Frischluft rein, beziehungsweise diese Zirkulation war zu gering. Im Pilzsuchtzelt ist ja alles optimal eingestellt. Wir müssen halt im Prinzip die Metadaten übernehmen, dass wir eine gewisse Feuchtigkeit haben in der Box, aber gleichzeitig auch einen CO2-Abfluss, gleichzeitig auch genug Sauerstoff. Das in der geschlossenen Box ohne irgendwie technisches Werkzeug, sage ich mal, ist schwer. Ich will aber kein technisches Werkzeug. Ich will da jetzt nicht irgendwie einen Ventilator mit rein. Ich will es versuchen, dass das so funktioniert, dass man einfach nur gucken muss, ob es feucht genug ist. Dass die vorpräparierten Löcher, sage ich mal, und alles, was ich halt mir dabei denke, so schon funktioniert. Das Ding ist aber auch, man kann nicht jeden Pilz gleich behandeln. Das ist ja jetzt speziell für den Kräuterseitling so gemacht, wo ich mir dachte, ich nutze diesen CO2-Überschusseffekt für schöne, dicke Fruchtkörper. Der Plan wäre ja auch aufgegangen. Schaut mal, die Pilze an sich sehen ja auch super aus. Sodass das Kopf-Körperverhältnis, schöne, dicke Brummer, die hätten sich dann jetzt wahrscheinlich nach der Zeit auch noch in die Länge schön entwickelt. Die Fruchtungsanzahl, alles passt bis auf diese bakterielle Kontamination, die mir einen Strich durch die Rechnung gezogen hat. Kann man nichts machen. Jetzt ist zu spät. Aber ich habe jetzt natürlich geguckt, wie mache ich das denn in Zukunft? Was würde ich machen, wenn jetzt hier keine bakterielle Kontamination gewesen wäre? Auf jeden Fall, wenn ich kalt stelle, spätestens Micro-Port-Tape überall ab. Ich würde auch mehr Löcher reinmachen. Ich würde die auch wahrscheinlich tiefer setzen. Ich würde auch wahrscheinlich den Deckel vielleicht abmachen. Am liebsten würde ich den Deckel drauf lassen während der gesamten Fruchtungszeit. Aber schwierig, wenn es zu feucht wird. Ist das eigentlich auch nur ein Problem vom Kräuterseitling? Ist der besonders anfällig dafür? Das sind halt noch Fragen, die für mich ungeklärt sind. Da werde ich nachrechstieren, wenn ihr schon mal sowas hattet, beziehungsweise eine Lösung dafür gefunden habt, außer jetzt zu sagen, war zu feucht und muss trocknen oder keine Ahnung. Gibt es da vielleicht noch andere Tipps? Haut es in die Kommentare, Freunde. Ich bin mit Sicherheit nicht der Erste, der sich gefragt hat, was ist denn da los? So, jetzt habe ich mich aber hier in Rage geredet. Jetzt zeige ich euch mal eine neue Box, die ich ein bisschen anders gebaut habe. So, diese Box habe ich heute Morgen gebaut und dann habe ich auch Substrat rein und das Ganze beimpft mit Körnerbrot und zwar hier diesmal vom weißen Buchenrastling. Und ihr seht, ich habe hier richtig reingehauen. Ich habe hier elf Löcher oben, dann habe ich hier fünf Löcher, auf der anderen Seite nochmal fünf Löcher, dann habe ich an den, an diesen Seiten nochmal drei Löcher, also auf beiden Seiten drei Löcher. Also diesmal wollte ich es wissen. Man muss halt probieren. Du kannst nicht jeden Pilz gleich behandeln und dieses bakterielle Ding hat mich dann so ein bisschen natürlich auch erschreckt. Deswegen möchte ich das natürlich unbedingt vermeiden, dass es nochmal auftritt. Was würde ich jetzt hier machen? Das kommt in die Thermobox beziehungsweise wird es warm gelagert, alles durchwachsen, ich aktiviere, indem ich die Oberfläche anraue und dann wird es kalt gestellt und wenn ich kalt stelle, bleibt das MicroPod-Dip drauf. Sobald ich eine Fruchtung sehe, einen Ansatz von einer Fruchtung, nehme ich die MicroPod-Tapes alle ab. Dann nehme ich die alle ab. Dann ist es halt so, dass ich mehrmals besprühen muss, genauer darauf achten muss, ob die Pilze es feucht genug haben. Aber dann habe ich lieber einen leichten Trockenschaden, bevor ich eine bakterielle Kontamination wegen zu hoher Feuchtigkeit bekomme. Das ist jetzt mal so der Gedanke, wie ich da, was ich für Maßnahmen treffen werde für das nächste Mal. Das dauert noch, aber ich habe ja noch andere Experimente am Laufen, wo ich schon vorher jetzt weiß, okay, es darf nicht zu feucht sein. Weißer Buchenrastling, bin ich sehr gespannt drauf. 250 Gramm Körnerbut genommen, 2,5 Kilo von meinem Mix damit beimpft und dann, ihr seht, diese schöne gerade Oberfläche. Ich habe es im letzten Video, in irgendeinem Video, letztes Mal, keine Ahnung, habe ich es euch ja schon mal gesagt. und zwar benutze ich hier diese Kelle hier. Perfekt, wie für uns gemacht in der Pilzsucht. Damit kann ich beigehen und nach dem Befüllen dann die Oberfläche schön gerade machen, nicht zu doll runterpressen, aber schön glatt machen alles von den Wänden, wo ein bisschen Substrat oben ist, kann ich es runterdrücken. Astreine Sache, perfekt dafür. Die Fläche desinfiziere ich vorher mit einem Alkoholtupfer und dann fertig gehe ich bei und drücke schön alles gleichmäßig gerade. Habe ich euch auch verlinkt. Okay. Achso, eine Sache noch. Damit werde ich dann auch hier, das hat so einen leichten Grad hier oben, damit habe ich ein Substrat heute schon aktiviert und zwar ein Experiment aus der Kaffeesatzreihe. Aber Kaffeesatz werde ich wirklich speziell nur auf den Format bringen. Da zeige ich euch heute noch nichts. Auf jeden Fall habe ich dann hier einfach mittig das Substrat zentral mittig so angeraut und das geht richtig gut hier mit dieser leicht rauen Spitze. Kommen wir zum Riesenbubisten und zwar wächst er auch schon eine ganze Weile und mittlerweile wurde die Oberfläche dann auch ein bisschen trocken und der ist halt noch nicht komplett durchwachsen. Also dachte ich mir bevor mir die Oberfläche austrocknet, haue ich jetzt schon mal Abdeckerde rauf. Damit kann ich dann schon mal vorbeugen, dass mir die Oberfläche zu trocken wird, bevor das durchwachsen ist. Dann kann er schon mal in die Abdeckerde reinwachsen und vielleicht kommt das dann so zeitgleich hin, dass er das Substrat eingenommen hat und auch vielleicht gleichzeitig die Abdeckerde wäre optimal. Was habe ich genommen als Abdeckerde? Ganz normale Gemisch aus Weißtorf und Schwarztorf standardmäßig, wie man es auch bei Champignons nutzt. Habe die oben aufgetragen, mit meiner Kelle dann die Oberfläche schön gerade gemacht, vorher natürlich die Klümpchen zerbröselt und jetzt lagert es weiter kühl. Ich bin gespannt, ich wäre ja schon überglücklich, wenn es zu einer kleinen, miserablen Fruchtung kommen würde. Dann kann man ja vielleicht so ein bisschen daran arbeiten, versuchen das Substrat zu optimieren oder ein bisschen was anders machen. Ich bin gespannt, wie gesagt, da gibt es ja kaum Infos zum Netz, zur Zucht vom Riesen-Bowisten, aber auch das teste ich einfach just for fun. Aber mal eine andere Sache so, als ich dann, gestern war das, als ich die Abdeckerde aufgetragen habe, dachte ich so drüber nach, wieso kann man eigentlich nicht mal was anderes nehmen, außer Weißtorf und Schwarztorf. Soweit ich weiß, ja forschen da auch schon die größeren Pilzzuchtfarmen, sage ich mal, Alternativen zu finden und soweit ich weiß, wird da auch viel rumprobiert mit Kokoshumus, also Kokosfasern als Abdeckerde. Aber ich glaube, so ganz das Richtige, also so glücklich sind die damit, glaube ich, auch nicht, sonst hätte der Wechsel ja schon stattgefunden. Aber ich dachte mir, als ich hier den ganzen Kaffeesatz von Gregor letztens sterilisiert habe, warum eigentlich nicht mal probieren, Kaffeesatz als Abdeckerde. Okay, ein Kaffeesatz sind jetzt nicht bestimmte Mineralien beziehungsweise diese Kultur, die in der Abdeckerde ist, aber allgemein so auch mal zum Testen bei Kräuterseitlingen vielleicht. Viele im amerikanischen Raum machen das ja auch. Die züchten Kräuterseitlinge und die hauen da immer Abdeckerde mit drauf. Welche Vorteile bringt das eigentlich mit sich? Eine hätte ich, habe ich ja gerade schon genannt, man beugt vor, dass die Oberfläche austrocknet, liefert das vielleicht noch extra mit Mineralien, auch wenn es nichts liefert. Liefert es ja trotzdem noch irgendwo Nährstoffe und regt auch, glaube ich, den Pilz eher an, genau oben zu fruchten. Ich werde da mal was rumprobieren mit Kaffeesatz als Abdeckerde. Testen wir, machen wir. Okay, Freunde, das war jetzt aber wirklich lang genug. Ich glaube, mit dieser Wie ist die Lage-Folge habe ich die Rekorde gebrochen, was die Zeit angeht. Ich glaube, so eine lange Folge gab es noch nie, hat mir aber extrem viel Spaß gemacht, Freunde. Ich sammle mir diesen ganzen Input ein und dann platze ich in der Wie ist die Lage-Folge. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Okay, Freunde, falls euch das gefallen hat, mein Content, den ich ab jetzt ja wirklich immer mal aktiv bringe, lasst mir mal ein Like da, ein Abo da, falls ihr noch nicht abonniert habt und schreibt auch mal eure Gedanken in die Kommentare, dass auch die Leute, die sich die Videos anschauen, weiterkommen in der Pilzsucht, dass Begeisterte, die bisher nur geguckt haben, sich auch mal trauen, Substraten in die Hand zu nehmen und loszulegen. Seid aktiv, bleibt aktiv. Ich wünsche euch nur das Beste, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Pilzrunda. Ciao.